Bro, ich bin mad as fuck auf den Olaf. Der Tryhard hat Döner auf 8 Euro nur geschafft, weil ich mir 16 Jahre lang den Arsch aufgerissen hab, die Basis dafür zu schaffen und der Blender gibt nicht mal Credit dafür. Ich hab das Neuland schon verhindert, da hat der noch als kleiner Birchie-Meister an Rollmops-Brötchen gelutscht. Vala, es wird Zeit für Berlin-Verbot. Ich mein, guck ihn dir an, was er für Filme schiebt. Er macht Mitte auf Null statt Seiten dieser Huan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017